Ah so, man muss es punktgenau machen. Ey, ist das ein Schmarrn? Okay, jetzt aber mit hier. Fick dich doch, ich hasse es! Aufnahme. Alter. A, A, D, 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 A. Jawohl, geschafft! Leckt mich alle am Sack. Ich bin der Champion, Alter. Am 40. Versuch. Junge, die Aufnahme wird ja ewig. Oh ja, oh, bam, tot. Sorry, tut mir leid. Nein, jemand hat es angegriffen und verwüstet. Soweit ich weiß, war er hinter Pomerovs Zeug. Irgendwelche Dateien. Toll, also hat Pomerov jetzt Angst und lässt uns alle patrouillieren. Einfach mal schön warten und dann mit einem dicken Fesselangriff einem die Mütze wegblasen. Yeah. Ja, da ist man wieder so richtig dumm. Bam, Kamera deaktiviert. Schön, lassen wir einfach passieren. Den haben wir jetzt auch ausgeschaltet. Ich denke mal, wir müssen dann gleich mal hier an die... Okay, und jetzt? Ah! Ich brauche mir wieder einen Code. Nee, doch nicht. Bond, die Daten sind nicht hier. Sie müssen in die Hauptcomputerzentrale. Dort gibt es allerdings ein biometrisches Sicherheitssystem. Die einzige Person im Gebäude mit Freigabe dafür ist Pomerov selbst. Vielleicht kommen Sie durch, wenn Sie Pomerovs Finger abdrücke und eine Stimmprobe von ihm finden. Na dann muss ich von ihm halt die Hand absägen. Ich muss sein Auge mit dem Eispickel aufpiksen. Ich muss sie nicht um den halben Globus geflogen. Ich muss sich um den Händchen in die Form schützen. Ich will alles über dieses... Nur autorisiertem Personal ist der Zutritt gestanden. Okay, da müssen wir was kennen. Und wieder zurück. Okay, wo muss ich hin? Klassisch runter. Jawohl. Haha. Das ist Pomerows Stemmprobe. Sie sollten jetzt Zugang zum Computerzentrum haben. Markiere Positionen auf Ihrem Telefon. Ich bin im Büro. Verstanden, bin unterwegs. Willkommen, Mr. Pomerows. Jawohl. Ich will regelmäßige Patrouillen. Heute ist was los. Wir müssen das Computer zu... Wie ist da jemand? Da! Ich... Du... Wie viel haben wir denn an Feinden? Einen noch? No. Ja. Ende. Klassische MP5 wieder unterwegs hier. Jetzt wird's hier mal wieder Spannung, Action und allem. Kaum zu übertreffen, würde ich sagen. Jawohl. Geschafft. Die Anzeigen sahen alle ganz normal aus. Sind die Frequenzen im sicheren Bereich? Sie scheinen momentan stabil zu sein. Gut. Kleiner Sprint hier mit geilem Anzug. Warum? Was schafft ihr damit vor? Wir wollen es mit den G60 Mischung sehen, auch mit deinem Bergkontrollen. Ich quatsch so wenig, das ist so ganz... Das ist so ganz untypisch von mich, aber ich denke mal... Ich muss mich hier jetzt konzentrieren und zuhören, deswegen... Wenn ich jetzt einfach ein bisschen leise, aber das ist doch auch mal gar nicht so schlecht. Ein bisschen Ruhe. Ähm. Hallo? Verdammt. Wir dachten, wir kommen rein, ohne den Alarm auszulösen. Ähm. Wir brauchen Zeit für den Dateizugriff. Sie müssen das Telefon in Reichweite halten. Schaffen Sie das? Wenn nicht, dann erfahren Sie es als Erster. Wunderwärter. 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 Den hat es umgehauen. Wir überleben hier. Oha. Bam bam bam. Hey das. Bam bam bam. Oh man. Der Gang ist bei 80%. Fast geschafft. Der Gang ist bei 80%. Der Gang ist bei 80%. Der Gang ist bei 80%. Hab ich das jetzt endlich mal geschafft? Oh man. Scheiße. Jetzt müssen wir behandeln hier. Klettern, 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 klettern. Komm schon. Was jetzt? Du klettern wie eine Pussy. Hey. Achso. Das Springen mit I geht ist so untypisch. Ich glaube das müssen wir gleich nochmal machen, weil wir so richtig verkackt haben. Nein. Jetzt war ich an der Tür. Ich bin doch so behindert. Jetzt war ich an der Tür und renne vorbei. Hey. Ich bin so dumm. Nochmal. Oh.